Nach der Prognose zur Gruppenphase der Champions League gibt es nun auch noch meine Prediction zur Europa League. Gleich mal vorne weg, zur Conference League wird nichts mehr kommen. Das sind einfach zu viele eher unrelevante Mannschaften, zu denen ich selbst nicht mal allzu viel weiß. Deshalb nun auf jeden Fall erstmal nur die Europa League und ich mache das Ganze wieder Freestyle und ich würde sagen, wir starten mit Gruppe A. Und da bin ich direkt mal involviert bzw. parteiisch, denn da spielt mein Lieblingsverein der SC Freiburg mit. Aber ich muss sagen, von der Gruppe her, ich sehe am klarsten, dass West Ham Platz 1 belegen wird. Rein von der Kaderqualität spielen einen dreckigen Fußball unter Mois, die werden denke ich definitiv Erster. Dann ist es eben ein recht unbekannter Verein mit Bacca Tobola, die aus Serbien kommen, da aber derzeit auch Tabellenführer sind. Sollte man nicht unterschätzen, sind da beispielsweise in der Liga vor Roter Stern Belgrad, die ja Champions League spielen. Dennoch sehe ich sie eher auf dem letzten Platz, auch wenn ich kaum glaube, dass sie so abgeschlagen sein werden, wie es viele vielleicht erwarten. Und dann ist es ein recht enges Rennen zwischen Olympiakos und Freiburg. Auch letztes Jahr waren ja beide in der gleichen Gruppe. Freiburg wurde Erster, Olympiakos Letzter. Aber Olympiakos hat sich, glaube ich, gefangen nach der Katastrophen-Vorsaison. Und dennoch sehe ich Freiburg noch einen Tick davor, auch von der Kaderqualität. Deshalb meine Prognose. West Ham 1, Freiburg 2, Olympiakos 3 und Bacca Tobola auf der 4. Gruppe B ist wirklich sehr interessant, weil man drei absolute Top-Mannschaften, würde ich jetzt mal sagen, für Euroleague-Verhältnisse da drin hat. Also sehe ich dementsprechend AEK Athen auf dem letzten Platz. Auch wenn die natürlich eigentlich auch keine allzu schlechte Mannschaft sind, aber die haben da einfach eine extrem schwere Gruppe erwischt. Haben ja auch gute Spieler wie einen Steven Zuber oder so. Dennoch auf Platz 4. Auf der 1 sehe ich dann eigentlich recht klar Brighton. Die spielen einfach überragenden Fußball unter der Serbi. Hatte ich ja auch in der Premier League-Prognose auf Platz 5. Und dann ist es so ein bisschen die Entscheidung zwischen Marseille und Ajax. Letztendlich entscheide ich mich für Marseille auf der 2 und Ajax auf 3, bei denen es auch in der Liga nach dem Saisonstart weiterhin nicht so wirklich läuft. Und deshalb für mich Brighton auf 1, Marseille auf 2, Ajax auf 3 und Athen auf der 4. Weiter geht es mit Gruppe C. Und da kann ich direkt mal sagen, Beti Sevilla wird da meiner Ansicht nach einfach durchmarschieren ohne allzu große Probleme. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, Sparta Prag sehe ich dann auf der 2. Die hatten echt einen guten Saisonstart. Während die Rangers so ein bisschen strugglen, sowohl in der Liga als auch in der CL-Quali, dann recht deutlich gegen PSW Eindhoven ausgeschieden. Deshalb packe ich die auf die 3 dennoch, auch wenn man mit Aris Limasol eine gute Mannschaft aus Zypern hat. Aber da reicht die Qualität nicht. Deshalb für mich Betis 1, Sparta Prag 2, Glasgow Rangers auf der 3, damit in der Conference League und Limasol auf der 4. Gruppe D ist für die meisten, glaube ich, auf den ersten Blick recht eindeutig. Wer da weiterkommt mit Atalanta und Sporting. Dennoch sehe ich das eigentlich viel enger, wie es aussieht. Denn auch letztes Jahr war es ja die Gruppe mit Sturm Graz, glaube ich, wo dann letztendlich alle 4 Mannschaften 8 Punkte hatten. Und so ein Szenario, natürlich nicht ganz so knapp, aber dass es eben so eng wird, kann ich mir hier erneut vorstellen. Dennoch muss ich mich jetzt irgendwie entscheiden. Deshalb packe ich auf jeden Fall, deshalb packe ich dennoch, wie es die meisten erwarten, Atalanta auf 1, Sporting auf 2. Und dann ist es echt schwer, Rakow, Cesterova, knapp in der Champions League, weil die gescheitert. Sturm Graz immer wieder gute Stürmer-Talente. Ich sage jetzt einfach mal, Rakow auf 3 und Sturm Graz auf 4. Also letztendlich Atalanta 1, Sporting 2, Rakow auf der 3 und Sturm Graz auf 4. Kann auch wieder erwarten, es ist echt komplett andersrum kommen. Da bin ich echt gespannt, wie das ausgehen wird. Und vielleicht gibt es ja eine Reaction auf die Prognose, muss ich mal schauen. Gruppe E und da hat man mit Liverpool natürlich einen absoluten Top-Favorit. Die werden meiner Ansicht nach auch durchmarschieren mit mindestens 15 Punkten, denke ich mal. Je nachdem, wie man rotiert. Während Union Sachiloas eigentlich auch recht erprobt ist mittlerweile in den internationalen Spielen. Die sehe ich dann auch auf 2. Und zwischen Linz und Toulouse ist es ein bisschen ausgeglichener. Sehe ich aber dennoch auch Toulouse weiter vorne. Somit dann letztendlich Liverpool auf der 1, Union Sachiloas auf der 2, Toulouse auf der 3, die aber auch in der Liga struggeln werden. Aber europäisch können sie dann laut meiner Prediction überwintern. Und der Lask dann ausgeschieden auf der 4. Gruppe F wiederum sehe ich dann eigentlich recht eindeutig. Die zwei Favoriten mit Renn und Villarreal und dann halt eben Panathinaikos und Maccabi Haifa. Ich tippe jetzt einfach mal Start Renn auf der 1, Villarreal auf der 2. Und dann weiß ich nicht. Ich würde sagen, Maccabi Haifa aufgrund der besseren Leistungen in der CL-Quali dann auf 3. Und Panathinaikos dementsprechend auf Platz 4. Kommen wir zur vorletzten Gruppe mit Gruppe G. Und da ist Asrom der Top-Favorit. Die werden auch erster, denke ich, auch wenn sie ein bisschen strugglen werden gegen die Gegner. Und dann ist es ein wenig schwieriger. Ich würde sagen, Slavia Prag, die ebenfalls einen guten Start hatten, wie auch Sparta Prag, werden dann Zweiter. Und dann haben wir eben Genf aus der Schweiz und Sheriff Tiraspol, die man ja noch aus der CL-Saison von damals kennt. Genf auch mit einem schwachen Saisonstart. Und deshalb würde ich letztendlich sagen, Rom auf der 1, Slavia Prag auf der 2, auf der 3 Sheriff Tiraspol. Und raus wäre dann eben Servette Genf. Gruppe H und da ist es eindeutig, was die Nummer 1 angeht. Hoffe ich zumindest und sollte auch so eintreten. Ich sage jetzt hier einfach mal, Hot Take Leverkusen mit 18 Punkten. Wird wahrscheinlich nicht passieren, auch wenn man die anderen Teams ja nicht unterschätzen sollte. Zum Beispiel Molde. Okay, der Rhein musste jetzt nicht unbedingt sein. Aber Molde, auch gute Leistung gegen Gala in der CL-Quali. Die werde ich dann, glaube ich, auch auf 2 tippen. Karabach-Agdam war ja letzte Saison gegen Freiburg in der Gruppe. Habe ich auch live gesehen. Die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wie man denkt. Haben den Trainer lange im Amt. Und BK Hecken aus Schweden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Dementsprechend tippe ich Leverkusen auf der 1, Molde auf der 2, Karabach auf der 3 und auf Platz 4 BK Hecken. Das war sie also, meine Prediction zur Europa League Gruppenphase. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was davon eintreten wird. Ich hoffe zumindest eine Gruppe genau richtig getippt zu haben. Ansonsten werden wir sehen. Vielleicht gibt es eine Reaction. Schreibt auf jeden Fall unten rein, falls ihr das gerne sehen würdet. Oder schreibt auch eure Tipps unten rein. Oder eure Hot Takes. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.